Hey Leute, ich denke Nokia ist für jeden von euch ein Begriff und dank HMD Global sind diese auch auf dem Smartphone-Markt wieder zurück und wollen diesen natürlich auch aufmischen mit so Smartphones wie zum Beispiel dem Nokia 9 PureView und dem umstrittenen Pentacamera-System. Doch wie sieht es zum Beispiel auf dem Mittelklasse-Markt aus und dem Nokia 7.2 und 6.2? Jetzt habe ich aber mal eine Frage an euch. Wem kann ich schon wieder danken, dass dieses Video bzw. dieser erste Eindruck überhaupt möglich gewesen wäre? Richtig, notebooksbilliger.de. Deswegen geht an dir auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön raus und wenn ihr sagt, ich möchte auch den Macs unterstützen und es sollen nicht nur Notebooks billiger machen, dann würde ich mich auf jeden Fall über ein Abo freuen. Die beiden Mittelklasse-Brüder kommen mit einem eigentlich 1 zu 1 identischen Design und derselben Größe, die sich beim ersten in die Hand nehmen ungemein gut anfühlt. Da kam mir aber dann irgendwie schon die erste Frage, denn lohnen sich denn überhaupt zwei Smartphones, die eigentlich von außen schon komplett identisch wirken? Der einzige Grund, weshalb ich die beiden Smartphones von außen auseinanderhalten kann, ist, dass sie zwei verschiedene Rückseiten haben. Die des Nokia 6.2 ist nämlich glänzend und besitzt die Farbe schwarz und die des Nokia 7.2 ist matt schwarz und fühlt sich so ähnlich an wie die des iPhone 11 Pro. Ich habe mich irgendwie gleich in die Rückseite des Nokia 7.2 verliebt und möchte das Smartphone eigentlich gar nicht mehr aus der Hand nehmen, weil es sich wirklich so extrem gut anfühlt. Auf den besagten Rückseiten befindet sich dann natürlich, was auch sonst, das runde Triple-Kamera-System, welches so ähnlich aussieht wie das des OnePlus 7T. Mit Size-Optik 48, 5 und 8 Megapixeln bei dem 7.2 und 16, 5 und 8 Megapixeln, allerdings leider keiner Zeiss-Optik bei dem 6.2. An den Specs erkennt man schon, dass wohl das Nokia 7.2 eher der Kandidat für Fotos ist, zumindest auf dem Papier. Im Test werde ich mir allerdings die beiden Kameras auf jeden Fall genauer anschauen und ich vermute vielleicht sogar, dass man gar nicht einen großartigen Unterschied zwischen diesen beiden Smartphone-Kameras sehen wird, vor allem wenn man sich die Preise anguckt. Ich meine, da kann man vielleicht auch gar nicht mal so viel erwarten. Neben dem Triple-Kamera-System befindet sich dann noch bei beiden Geräten der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite, welche natürlich jetzt nicht in diesem Preissegment irgendwie unter dem Display ist, allerdings machen diese beiden Fingerabdrucksensor im Ersteindruck einen ziemlich guten Job und ich finde sie sogar verhältnismäßig schnell. Auf den beiden Unterseiten befindet sich neben dem USB-C-Anschluss noch der Monolautsprecher, bei dem ich hoffe, dass er wenigstens einigermaßen gut klingt. Und auf der Oberseite gibt es dann eigentlich noch quasi eine Rarität, denn man bekommt einen Klinkenanschluss, der vielleicht sogar für viele von euch noch etwas wichtig sein könnte. Die gesamte Front ist eigentlich auch so gut wie identisch. Man bekommt nämlich bei beiden Smartphones ein IPS-6,3-Zoll-Display mit für den Preis eigentlich einer ordentlichen Auflösung von Full HD+, also 2280x1080 Pixeln. Im Ersteindruck gefällt mir das Display eigentlich vor allem für diesen Preis extrem gut. Ich muss bloß sagen, dass die Front im Großen und Ganzen vielleicht nicht GANZ so futuristisch wirkt, wie man es vielleicht auf irgendwelchen Ränderbildern sieht oder man es vielleicht erwartet von einem Smartphone im Jahr 2019, beziehungsweise schon fast Anfang 2020. Die Front ist leider mit Displayrändern bestückt, die nicht wirklich die schmalsten sind. Allerdings darf man in diesem Preissegment auch nicht zu viel verlangen und ich meine, man bekommt immerhin eine Waterdrop-Notch, die die ganze Front dann doch etwas moderner wirken lässt. In dieser versteckt sich dann was auch sonst die Frontkamera, welche auch hier Megapixel-Unterschiede zwischen den Modellen hat und ich mir diese auf jeden Fall genauer anschaue. Es unterscheiden sich aber bei den beiden Smartphones nicht nur die Kameras, sondern auch die Specs. Denn bei dem stärkeren 7.2-Modell bekommt man ein Octa-Core Snapdragon 660 mit 4 GB RAM und bei dem abgespeckteren 6.2-Modell bekommt man ein Octa-Core Snapdragon 636 mit ebenfalls 4 GB RAM. Man merkt schon im Allgemeinen, dass man hier auf jeden Fall bei beiden Smartphones keine A13-Bionic-Chip-Leistung wie bei den neuen iPhones bekommen wird, aber ich denke dafür ist dieses Smartphone auch gar nicht ausgelegt. Die Akkukapazität der beiden Geräte liegt bei 3500 mAh, das heißt ein Tag sollte locker flockig möglich sein, vor allem weil es keine überarbeitete Oberfläche gibt, die das Gerät in irgendeiner Weise mehr fordern könnte. Ob der Akku auch noch für einen zweiten Tag durchhält, wage ich Stand jetzt ein bisschen zu bezweifeln, was aber allerdings auch überhaupt kein Problem wäre, da beide Geräte Fast-Charging unterstützen. Ihr merkt also schon im ersten Eindruck, dass diese beiden Smartphones vor allem von außen eigentlich wie ein und dasselbe Smartphone wirken, mit nur zwei verschiedenen Namen bzw. zwei verschiedenen Zahlen im Namen, was sich noch nicht ganz so, sag ich mal, einordnen kann. Wenn man sich aber dann die Specs anschaut, hat man doch, sag ich mal, so leichte Unterschiede. Die Frage ist bloß, haben beide Smartphones die Daseinsberechtigung oder würde sich eins von den beiden Smartphones einfach lohnen, vor allem weil sie eigentlich im selben Preissegment liegen. See you!